Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Food Diary von mir, aber ich habe es jetzt ein bisschen anders gestaltet als die letzten Male. Ich kann euch mal meine letzten Food Diaries in der Infobox verlinken. Da könnt ihr mal vorbeischauen, da habe ich auch am Anfang, ich glaube schon kein Fleisch mehr gegessen, aber noch Fisch. Ich habe das jetzt so ein bisschen anders gemacht. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen war das ungefähr jedes Mal meine Mahlzeit gefilmt, wenn ich fand, dass es irgendwie was spannenderes ist. Also einfach nur als Rezeptidee für das nächste Essen. Weil ich habe immer die letzten Male, morgens, mittags, abends, jeden einzelnen Snack und so weiter, alles gefilmt. Ich habe aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, Angst, dass Leute komplett meinen Ernährungsplan, wie er denn auch immer ist, also ich habe ja keinen Plan, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe Angst, dass Leute das übernehmen, aber dann zum Beispiel, manche Leute haben einen schnelleren Stoffwechsel oder jeder Mensch ist einfach anders gebaut. Ich weiß nicht, für manche wäre es vielleicht zu viel, was ich esse, für manche ist es vielleicht zu wenig, was ich esse. Deswegen einfach nur als Rezeptidee. Ich habe das wirklich nicht gemacht, weil ich irgendwie faul bin oder so. Einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass Leute das komplett übernehmen. Also so wie ich esse, geht es mir sehr gut, aber es kann halt sein, dass es bei anderen nicht so ist. Deswegen viel Spaß bei der Mahlzeit nicht hier jetzt auch zu reden. Schreibt mir bitte am Ende des Videos, was ihr nachkochen möchtet oder was am leckersten aussah und viel Spaß. Das gibt es heute bei mir zum Mittag. Einmal eine Tasse Tee, das ist der Fenchel-Anis-Kümmel-Tee von Teekanne. Und außerdem habe ich so eine Nudel-Gemüse-Pfanne gemacht. Dafür habe ich erstmal Paprika-Champignons, Knackerbsen, Tofu und Mais, glaube ich, in eine Pfanne gegeben. Und habe das erst angebraten, dann kamen die gekochten Nudeln dazu. Dann habe ich noch passierte Tomaten, Sojasahne und Gewürze reingepackt. Und ich finde, das schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Heute so ein Musikkurs-Nachmittag, wie auch immer man das nennen soll. Und dafür habe ich so Muffins gebacken, weil wir müssen immer entweder Kuchen oder Kekse oder so mitbringen. Und das ist eigentlich wie so ein Tassenkuchen. Ich glaube, ihr habt die schon ganz oft gesehen. Die Lona macht das öfters in ihren Videos. Und ich kann auch gerne mal ein Video dazu machen, wenn ihr wollt. Jedenfalls habe ich die jetzt mit Erdnussmus gemacht. Da habe ich es oben drauf und da drin gemacht. Und hier habe ich es einfach vermischt, weil ich mich beeilen musste. Und ja, jetzt muss ich auch schon los. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr schon sehr häufig Bilder vom Vapiano gesehen, weil ich dort sehr gerne essen gehe. Hier hatte ich Dinkelspaghetti mit Pomodoro, also der einfachen Tomatensauce. Mit Babyblattspinat. Außerdem einen kleinen gemischten Salat mit Balsamico-Dressing. Und außerdem der rote Eistee. Vapiano hat ja jetzt seit einiger Zeit die eigenen Eistees und die schmecken auf jeden Fall auch ganz gut. Ich habe mir gerade Falafel gemacht. Einen esse ich gerade schon. Und zwar ist es einfach so eine Fertigmischung von Rossmann, meine ich. Ich habe halt so diese Falafeln draus geformt, ein bisschen Öl drauf gemacht und dann in den Ofen. Und hier sind zwei Brötchen im Ofen, weil ich will mir gleich so Burger machen, aber die zeige ich euch gleich noch. Dann kommt so Salat und so weiter auch noch drauf. Hier ist mein erster Burger. Sieht unglaublich lecker aus. Ich weiß, da ist alles mögliche drauf. Okay, jetzt sieht es gar nicht so viel aus, aber ich habe hier so diese Sachen da drauf. Und ja, Avocado und ja, 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 okay, ich lasse es da mal. Ich habe mir gerade Mittagessen gemacht. Und zwar habe ich einmal Naturreis gekocht, außerdem Brokkoli und noch so ein Veggie-Schnitzel. Das habe ich letztens bei Edeka gefunden. Da stand irgendwie sowas wie mit Gourmet irgendwas. Also da ist Zitrone und Pfeffer mit dran. Und ja, das wollte ich mal ausprobieren. Als Soße für das Schnitzel nehme ich ein bisschen Curry, Gewürzketchup. Ich liebe Gewürzketchup. Ich finde das so lecker. Und über das Brokkoli und vielleicht auch Reis mache ich so ein bisschen Soja-Cuisine drauf. Finde ich so ganz lecker. Und natürlich wie immer Wasser. Und übrigens, hier liegen so Sachen, die Lona gemacht hat. Und zwar ist das in einem ihrer Weihnachtsvideos. Sehr cool, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Und da sind noch Reste von unseren Lebkuchenhäusern. Wie ihr seht, habe ich gerade schon so ein bisschen was probiert. Und ich muss sagen, dieses Veggie-Schnitzel schmeckt echt gut. Das schmeckt halt schon ziemlich nach Zitrone, aber irgendwie ist es mal was anderes. Und es gefällt mir sehr gut. Ich habe mir heute so eine gefüllte Paprika gemacht. Da sind jetzt Reis, Mais drin, dann auch noch Räuchertofu, ein bisschen klein geschnitten. Und das habe ich halt alles so vermischt mit passierten Tomaten und Sojasahne. Und ein bisschen Cashew-Mousse und ein bisschen Hefeflocken. Die sind auch hier oben drauf. Das soll ja so ein veganer Parmesan-Ersatz sein. Ich habe das schon mal ausprobiert. Irgendwie habe ich die nicht so ganz geschmeckt. Aber ich dachte, ich packe es jetzt wieder drauf. Und mir ist eben aufgefallen, dass ich die in den Ofen gepackt habe mit dem Sticker drauf von Edeka. Mir gibt es heute zum Abendessen so ein Wrap. Und zwar habe ich mir erst mal den Wrap einfach so in den Ofen reingelegt, ohne was drauf. Dann habe ich den mit Avocado beschmiert und ein bisschen so Kräutersalz drauf getan. Und das Ganze wird gleich noch zugerollt. Da habe ich jetzt so eine Gemüsepfanne drin. Und die Gemüsepfanne besteht aus Tofu, Paprika, Knackerbsen, Champignons, Gewürzen und so weiter. Und Sojasahnesauce, so ein bisschen. Und ja, das kommt jetzt da rein. Ich mache mir ein Wrap mit Erdnussbutter. Cool. Heute gibt es so eine Art Frühlingsrollen. Die sind so mit Reispapier gemacht worden. Meine Schwester macht die gerade. Da kommen zum Beispiel hier Gurken, Märchen rein, Avocado, Salat. Vorne ist auch noch Tofu angebraten. Und ja, das ist mein heutiges Frühstück. Ich habe mir erst mal so ein Kinderfrüchte-Müsli gemacht. Also da steht Müsli drauf. Aber wenn man das halt mit Milch aufgießt, ist das halt wie so ein Brei. Und da habe ich dann so Himbeeren reingerührt, die man leider gerade nicht sieht. Dann oben drauf Bananenscheiben. Dann habe ich ein bisschen Erdnussmus drüber gesprenkelt. Dann Leinsamen, weiße Maulbeeren, so ein bisschen Crunch-Müsli. Ich weiß nicht, die gibt es bei Edeka immer. Aber ich glaube, das heißt Amaranth-Kokos oder sowas. Und außerdem noch so Kakao-Nips. Da habe ich mir außerdem einen Tee gemacht. Und zwar habe ich ja den Tee-Adventskalender von dm. Und heute war halt so ein Chai-Tee drin. Und den habe ich mit Sojamilch aufgegossen. Ich kann euch den Tee-Adventskalender echt empfehlen. Also der kostet nur 3 Euro und da sind halt 24 Tees drin. Und da könnt ihr halt jeden Tag einen neuen Tee ausprobieren. Und das finde ich ganz cool. Also auch wenn jetzt schon ein paar Tage vom Dezember vorbei sind, kann man sich ja immer noch holen. Ich habe mir heute zum Abendessen so eine leckere Gemüse-Reis-Pfanne gemacht. Und zwar habe ich erstmal diese Bohnen, das sind, wie heißen die nochmal? Ah ne, Knackerbsen heißen die. Die habe ich mit Champignons angebraten. Dann habe ich ein bisschen Räuchertufu reingepackt in die Pfanne. Dann Mais. Dann den Reis. Und dann habe ich ein bisschen, also dann habe ich das so ein bisschen gebraten. Dann ein bisschen Wasser reingemacht. Und dann habe ich Gemüsebrühe reingekippt. So einen Teelöffel ungefähr. Dann zwei Spritzer oder so Sojasahne. Dann außerdem Curry. Und außerdem noch ein bisschen von dieser Chili-Soße. Die ist von Biozentrale. Also bei Edeka habe ich die gefunden. Und wenn ihr die benutzt, müsst ihr echt vorsichtig sein, weil die verdammt scharf ist. Und ich habe da nur ganz wenig reingetan, aber das ist echt scharf. Deswegen passt auf. Und außerdem trinke ich noch einen Fenchel-Anis-Kümmeltee. Den gieße ich gleich noch mit kälterem Wasser auf, damit ich den direkt trinken kann. Und weil der Satz einfach nicht fehlen darf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.